mal sehr willkommen beim red review videomagazin und einem neuen video meinerseits diesmal gibt es wieder profi bewertungen ihr habt alle danach geschrien ihr wolltet alle noch mal profi bewertungen haben jetzt gibt es eine kleine special folge profi bewertungen special red review und ich habe aber jetzt keine von den bewertungen von facebook genommen ihr könnt übrigens neuerdings red review auf facebook bewerten oder komplett ausgeklammert sind auch kommentare unter youtube videos sind auch gar nicht dabei aber ich habe so drei dinger die sind so geil die muss ich eigentlich mit euch teilen zweimal per e mail einmal per pm auf facebook und es ist und ja wir fangen einfach mal an mit dem sebi er oder soll ich lieber felix m sagen junge das bringt nicht viel wenn man seinen namen auf facebook ändert der hat mich auf jeden fall angeschrieben per messenger auf meinem privaten profil und ich habe keine Ahnung wer das ist er scheint aus der afd gruppe achterbahnfans deutschland zu sein und schreibt dann einfach random du nervst nur noch die geldgier ohne satzzeichen ohne irgendwas habe ich da einfach hier so mit drei lachsmiles geantwortet ne willst youtube machen wegen klicks erst mal wer bist du und was willst du und klicks macht man sicher nicht mit freizeitpark videos und das ist einfach so freizeitpark videos sind glaube ich die dümmste idee wenn man klicks machen will auf youtube das ist ein absolutes nischen ding absolut underrated da wird irgendwelche challenges oder pranks oder sonst was machen wenn ich irgendwie auf klicks aus wäre so ein schwachsinn einfach dann das sagt jeder du machst es nicht auch spaß der plan ist das geld mein guter also wenn das kein spaß machen würde würde ich nicht jeden tag ein aufwendiges video hier droppen das ist einfach mal fakt aber so leute wie der sind der knaller das geht nicht in meinen kopf rein weißt du wie kam der meint das ja ernst ding also ich mache das hier nur auf spaß sonst würde ich was anderes machen was wirklich geld bringen würde und klicks dann habe ich noch geschrieben mein freund wenn man keine ahnung hat einfach mal die fresse halten wird man nicht frech ich war auch freundlich und nicht so frech dann habe ich noch geschrieben ich kenne dich nicht und du schreibst mich an und erzählst lügen über mich dafür bin ich noch zu nett freundchen und darauf kam nichts mehr dann war es das leider schon wieder das ist sehr traurig das profil gibt es noch aber er hat auch das nicht gelesen er sieht auch aus wie ein pop kaninchen und es sieht ziemlich ranzig aus der dude hier anti illuminati titelbild irgendwie eurer seite und sowas war oder beruflich moderat aber hinter den kulissen der macht junge 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 da kriege ich echt zu viel wenn man so einen scheiß erzählt weißt du das ist einfach sowas von nicht wahr sowas regt mich auch auch wenn man dann fick drauf geben sollte dann hatte ich einen per e mail der auf jeden fall auch super geil bei dem kämpft auf jeden fall die tabs lockt hast ich habe auch erst nicht gedacht was wer von mir will so und dann kurz überlegt also erstmal der betreff empörte sauerei vom holiday park alles im alles großstamm außer vom das ist kein geschrieben also ganz kaputt ist die taste scheinbar noch nicht und so was kommt denn jetzt jetzt aber ab hier hallo nur weil so kurz erwähnt eine trillion ausrufezeichen dass alles groß geschrieben außer hallo das ist ganz normal geschrieben ich finde es schon haben wir hofft dass man vor zwei jahren bei dem tödlichen punkt kann man das nicht ausschreiben und fall mit dem mädchen beim fahrgeschäft einfach den holland park weiter gelaufen gelaufen lassen hat fragezeichen also was denn jetzt findest du das wie du anfängst oder ist das eine frage und vor allem soweit ich das weiß war der park danach geschlossen erstmal für ein paar tage als wäre nichts passiert da habt ihr wohl spaß im park und irgendwo stirbt ein mädchen ich bekomme vom holland park ob man jetzt geld verliert oder nicht das spielt hier keine rolle ich hätte ein starken zugemacht das hätte auch zu viele ausrufezeichen über während es los und im partie los kann man nur sein was für die mutter schon schlimm genug war für die mutter schon schlimm genug anzusehen das jetzt so und dann der name da habe ich mir nur zugeschrieben hallo klemmt hier die cap stop taste erstmal habe ich was habe ich mit dem holiday park zu tun und zum anderen war soweit ich weiß dann hat der park für mehrere tage geschlossen aber um zwei jahre später jetzt diese mail sorry war bloß eine anmerkung an sich wenn man sowas liest okay mein gott was habe ich geschrieben ja und was habe ich mit damit eine mütze das ist ja mal absolut random nicht nicht mein problem so oder mein thema dann sorry entschuldigung meine e mail stand nur da wo stand meine e mail und dann bei einem video hier dann link veröffentlicht am 15 8 2014 kontakt und dann meine e mail adresse entschuldigung soll war für den park ja dann habe ich ihm gesagt so dass es halt mein video ist und ich nix mit dem park an der mütze habe und das in der video beschreibung halt meine e mail adresse steht und nur weil ein video über den park ist heißt das ja nicht dass wir mit dem park erreicht sind ist der hammer kann ja mal passieren und wir hatten noch einen sehr geilen dude wo habe ich den denn jetzt hingepackt hatte ich doch eben noch äh knallertyp ey der matthias liebe mitarbeiter dieser firma ich habe soeben im internet ihre bewertung zu den oben genannten park über youtube gefunden und finde es unerträglich wie sie sich anmaßen eine solche negative darstellung ohne hirn abzugeben man kann sich übrigens schon denken wahrscheinlich um welchen park es geht bevor man sich äußert sollte man das genannte einschalten wieder unendlich viele ausrufezeichen das macht man die aussage sinnvoller und intelligenter finde ich das passiert auch weiter in dieser e mail dass die angestellten showtalente alle shows bedienen ist in der tatsache begründet dass niemand bereit wäre 80 euro als eintritt zu bezahlen also ich kenne sehr viele parks die viel weniger als 80 euro eintritt nehmen und hat in jeder show andere personen das ist ja auch nicht schlimm dass eine crew alle shows im park macht es ist aber schlimm wenn in diesem park diese leute keine der drei shows die sie bespielen beherrschen und zusammen mit dem publikum von show set zu show set laufen weil die shows nacheinander laufen an verschiedenen punkten im park und dabei sich umziehen und auch noch rauchen durch den park nehmen und auch noch rauchen durch den park mit den kindern laufen des weiteren war die zauber show richtig klasse sehe ich halt anders es sind alles nur menschen ja natürlich sind es nur menschen aber das sind menschen die keine shows spielen sollten das ich kann es auch nicht und deswegen mache ich es auch nicht wenn sie einen tag erwischt hatten in der die show nicht so klasse war tut mir dies leid aber dennoch gibt es ihnen nicht das recht die sache zu zerreißen ich habe auch nichts zerrissen und ja genau das ist es nämlich das ist immer was wir machen wenn wir einen park besuchen eine momentaufnahme von dem moment wo wir da sind dann kommen immer leute die waren irgendwann anders mal dann ist wirklich so ja weil du nicht da warst als wir da waren honk die angestellten geben ihr bestes ja das beste ist scheinbar nicht gut genug ich wünsche ihnen sie kämen mal in die situation und müssten einen solchen park gestalten ja gerne vielleicht können sie sich mal auf der playstation oder so ein park bauübungsspiel spielen was schon nicht ganz realistisch ist aber ein vielleicht ein wenig für die arbeit die dahinter steckt sensibilisiert das ist richtig ich habe absolut gar keine ahnung was für eine arbeit hinter einem freizeitpark steckt Hashtag guckt das video a.k.a. Right Review Backstage Reportagen Arschloch geil wird es auch mittlerweile habe ich mich wieder etwas berühmt sonst hätte ich schon von rechtlichen schritten gegen sie einzuleiten ich finde das so geil ich würde gerne da irgendwie post von der staatsanwaltschaft kriegen ja das wäre so behindert junge vor allem an der gleiche park der das auch gesehen hat was wir alles gut macht haben uns danach nochmal eingeladen damit ein solcher mist aus dem netz verschwindet vor allem so meinungsfreiheit dies das aber wenn sie ja ein wenig einsichtig sind können sie meine kritik nachvollziehen und dementsprechend handeln ja ich rede doch mit den leuten drüber das das video bleibt sowas von online so weiter geht's was sie dann machen ist rufschädigend und stellt das anstelle des parkleiters würde ich sie verklagen man darf kritik üben aber die sollte dann sachlich sein und niemanden angreifen meine kritik war sachlich digga ey was ist denn los also jeder kann sich den parkcheck auch gerne nochmal angucken oder auch unser äh reportage zu dem halloween event da ich hoffe ich bewirke ein umdenken bei ihnen dass sie in zukunft objektiver bewerten können ich bin der objektivste mensch der fucking wild du man für die zukunft wünsche ich ihnen dass sie lernen wie man konstruktive kritik übt und dazu auch sein hirn benutzt mit freundlichen grüßen bla man was ein idiot ey hammerhart wer es nicht gerafft hat es geht um die bewertung safari park schloss heute stuckenbrock tja da kann es jeder sehen ich habe es auch im parkcheck gesagt jeder kann er gerne selber hinfahren sich sein eigenes bild vom park machen und sollte natürlich nicht das einfach nur glauben was ich sage aber das ist halt einfach meine meinung danach waren auch andere leute da und haben das gleiche gesagt und es waren andere leute da vor da und haben das gleiche gesagt der park ist halt einfach nicht geil und wir haben auch vor ort mit der pressesprecherin äh reden wollen und dann ein paar sachen irgendwie hinterfragen und warum und weshalb und das wir das halt nicht gut finden sollte ich nicht hören die dauer antwort ist ja eh auf jede frage gewesen ja gucken sie in die pressemitteilung bei nicht nur bei uns sondern auch bei der zeitung die da war und alles ja da kann ich auch nichts machen ich habe das gespräch gesucht die nicht ich habe meine meinung gesagt gut ist ich fahr da nicht mehr hin hat sich die sache der park ist für mich halt ja das waren drei profi bewertungen special es wird eventuell hier und da dann nochmal eine geben mit einem freizeitpark weil ihr so geil da raus seid ihr verrückten und ansonsten war es das jetzt erstmal von mir an dieser stelle ich bin raus ihr seid die coolsten abonniert jetzt diesen kanal haben nichts mehr zu verpassen und morgen um 18 Uhr gibt es wieder ein neues video hier bei rektverview tsch rektverview 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 rektverview